Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Power Finder 2. Ja, ähm, Nevia? Ja, natürlich. Wo, wo gehen wir rauf? Ah, hier geht's. Ich bin eigentlich hier noch gar nicht fertig. Aber komm, gehen rauf. Apropos. Ähm, mein Lieber. Du... Siehst gar nicht mehr gut aus. Okay, geh raus. Kommt. Ah. Nach oben. Äh... Jetzt aber. Wir haben nur eine Borte vergessen. Okay, bei diesem Wasser-Ding wäre bestimmt auch was gewesen. Ja, die oberflaggen. Beute. Alles mitnehmen. So, wir sind aus dem Loch rausgekrochen gekommen, oh Gott. Diese tiefe Kluft führt in die Katakonin. Oh ja, dann wollen wir nicht mehr. Komm. Ausziehen. Ach, da sind's aber welche noch an Kämpfen. Wir stehen nur rum und gucken, was wurde denn? Die sichtlich erschöpfte Halborkin vor dir trägt eine Rüstung, die mit Iomedias Goldschwert verzehrt ist. Sie hat offenbar in den letzten Tagen nur wenig geschlafen. Ihr Gesicht ist voller Ruß, auf ihrem Schwert klebt frisches Blut. Ihre nussbraunen Augen blicken hart und starr und ihre feste Stimme scheint es gewohnt zu sein, Befehle zu erteilen. Sie mustert dich überrascht, prüft wohl, ob du Freund oder Feind bist und öffnet den Mund, um dich etwas zu fragen, doch dann erstarrt sie, als sie Anivia entdeckt. Von der Gottes, Nevi, ich habe fast alle Hoffnung. Alles ist gut, Beth. Ich bin hier. Ich bin hier. Diese hier ist eine neue Freundin. Sie hat uns diejenigen, die wir überrascht haben, und uns auf die Zürfache. Und ohne sie, wir würden es niemals aussehen. Ich bin hier zu Ihnen, Erebeth Tirobade, Herr der Egel Watch. Bis die Armee kommt, bin ich die Wartende von Canaveras temporär. Und du bist nur in Zeit. Wie du siehst, wir sind in der Mitte einer Krieg. Und danke dir, dass ich Anivia rausgekommen bin. Ja, wo sind wir hier? Okay, wie ist die Lage in der Stadt? Hm. Ja, was ist das Ziel dieser Schlacht? Wenn Sie die Stadt verletzten, der Hauptziel war die Wardstone. Ich glaube, dass ich Sie nicht erklären, was die Wardstone ist, und wie wichtig es ist für die Crusader. Wir müssen es wiederholen, oder der Fall von Canabras wird der Beginn des Endes der Crusades, und mit ihnen, den Rest des Weltes. Ich sehe, dass Sie eine schwierige Reise auf der Erde haben. Sie müssen sich aufzunehmen. Aber es ist viel zu fahren, in dieser Krieg. Ich habe kein Recht, Sie zu beantworten, aber ich brauche Sie, uns zu helfen. Wir sind auf Mischvolk gestoßen, das unter Canabras lebt. Das ist leider alles, können wir gleich sagen. Ich habe wichtige Informationen über ein versteckter Kultisten. Very good. Report to me in full, when we get back to the Defenders heart. It's our temporary headquarters. Right now, the most dangerous Kultists are here. The ones occupying the Grey Garrison. Ja gut, wir sind auf Mischvolk gestoßen, das unter Canabras lebt. Das ist Lan. Mischte Leute in Canabras denken, dass die Kinder der ersten Krusten sind einfach eine legend. Andere Leute sagen, dass der Tag, die Sie auf der Erde emerge, erhalte die Anfang des Endes des Weltes. Ich bin nicht superstitisch, aber die Situation ist apokaliptisch, all right. Dassel eine lebende Legende auf unserer Seite nicht lohnt. Mhm. Erzähl mir von dem Schutzstein. Warum ist er so wichtig? The Wardstones are a gift of Iomedae. Created personally by her Herald, a mighty angel and a general of the celestial armies. The Wardstones keep the world wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the Demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the Abyss. Wie ist der Schutzstein in der grauen Garnison gelandet? The Demons have long laid siege to Canabras. But this time, their Lord Descari appeared in the flesh. He ripped the Wardstone from the ground and hurled it halfway across the city to here. I thought the stone was destroyed, but it seems all is not lost... yet. Descari has gone, but the Wardstone is surrounded by a horde of those creatures. What are they going to do to it? Nothing good, that's for certain. But how did he do that? He's a demon! The Wardstone should have burned his filthy hide! Hmm... It should have. But what happened, happened. We don't know why. 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 Take a navy to the rear! The rest of you with me! Oh, that stupid look. Oh, I'm not prepared for this all. Lord Horgus Guorm! Forgive me! I did not realize we had civilians among us. My people will escort you somewhere safe. To the extent that anywhere in Canaveras can be said to be safe right now. Okay. 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 That's right. Fighting spirit is the one thing that we've got plenty of. Actual fighting power, that's not so great. Fighting no how, even worse. But fighting spirit, at least we're rich in that. For Iomidae! For the Queen! Kill the beast! Jawoll, ja! Ja, warte. Äh, alle einsam. Wir brauchen ein bisschen... Du hast verstanden. Okay, wir müssen... Wir folgen. Du hast die Option Runde automatisch beenden aktiviert. Wenn... Da spielt die Runde automatisch, wenn ein Charakter seine Standard- und Bewegungsaktion abgeschlossen hat. Soll diese Option aktiviert bleiben? Ja, ja. So. Wer ist denn dran? Oh, Sela. Sela ist dran. Äh. Böses Niederstrecken. Ich würde sagen, Rambock spielen. Geht nicht. Dann Böses Niederstrecken. Keine Barbezimmer. Neue Gläuheit! Keine Barbezimmer! Geht auf die Reich. Keine Barbezimmer! Beine Barbezimmer! Keine Barbezimmer! Aufblitzen, ein Fall nicht. Nein. Leichte Blumenheilen, göttliche Führung. Licht, ein Fall nicht. 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 Tut. Dieser Zeug zeigt ein Nicht-Explosion. Du die Nicht-Explosion von einer einzelnen Kreatur aus einem Schlag geblendet und wenn ihr Zähigkeitswürf misst. Und auch. Hm. Pfff. 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 Du buffing mal. Du kannst deine überzeugende Fertigkeit zur Anschicht auszuholen. Achso, du bist dran. Du hast du verletzt den falschen Monk. Du hast du verletzt den falschen Monk. Das ist ein Hammer. Sela ist dran, oh. Oh, kann sie nichts mehr machen? Nein, das scheint nicht. Na gut. Fehlschlag. Ja, komm mal ein bisschen nach vorne. Ja. Ja, was ist denn? Kannst du... Danke. Du... Tote beschwören. Okay, geh einfach nach vorne. Ja, da ist wegen Überfüllung geschlossen. Sim, bleib mal hier. Du bleib auch hier. Ist eigentlich nur was für... Kannst mal gucken, was er so alles bei hat. Oh, schön. Nimm alles mit. So. Das kann durchkommen. Okay, weiter. Geh nicht ab. Mit ihm. Ich hab mal die Tür. Sonst sowas hier? Nein. 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 Aber bevor wir weitermachen... Oh, ich hab's nicht gelesen. Ach, egal. Ähm. Nein. Ausrüstung. Wir haben ein paar Sachen gefunden. Was trage ich denn? Was trage ich denn? 3, 1, 5, 7, 5. 3, 1, 5, 7, 5. 3, 1, 5, 7, 5. Ja, ist dieselbe. Haben wir viermal jetzt. Ähm. Hier haben wir was gefunden. Rüstungsarmsch... Ein unsichtbares, aber spürbarer Kraftfeld umgibt den Träger dieser schweren gepatzerten Armschienen. Diese Armschienen gewähren ihrem Träger einen Rüstungsbund von plus 1. Nein. Und hier? Und da was Neues? Eine Sense. Und man kann das nicht sortieren, was neu ist. Ich habe einen Kompositbogen. Sozusagen einen langen. Der macht 3-10 Schaden, wenn ausgerüstet. Und ... Okay. Und ... Und ... Wurf Pfeile. Okay. 3-8 Schaden und Ausgerüstung. Durch ... Ich habe schon aus kaltem Eisen. Nee, nee, ich habe... Wir sind alle überladen, Schatze. Ich weiß. Warte mal, du hast... Okay, 47.0. Ist das denn nicht vielleicht besser? So ist Klasse 6 Rüstung, minus 6, 35, 1. Minus 7, hoch... Minus 7, 40. Keine Ahnung. Okay. 4, 25, 3. Ich glaube, das ist besser. Ach, und er kann nichts. Du hast einen einfachen Kurzbogen. Haben auch noch nichts Besseres gefunden. Mit dem kannst du nicht umgehen, ne? Ich habe dich mit Kurzbogen. Ja, sorry. Okay, weiter. Rüstung, Brustplatte bei dem K-Kaminer ausgerüstet. Sie begrenzt den Geschicklichkeitsbruch... ...auf 3. Ohne Rüstung würde dieser Bonus 4 betragen. Die haben gesagt, ich soll nicht. Wie geht das denn? So, ich muss A drücken. Ich denke, ich muss die Treppe hoch. Oh. Oh. Hey, ich kenne euch. Gehört ihr zu diesen Kultisten? Wie geht's, mein Freund? Wollt ihr mitkommen? Ihr werdet bald alle tot sein, aber wir werden leben. Ich, äh, ich kann nicht. Komm schon. Vergess diese Versager. Die Kreuzige sind vorbei. Bald werden die Dämonen über die ganze Welt herrschen. Glaubst du auch nur du? Wird schon schief gehen. Lange lebe. Feiger verrät, ich schwöre ihr bei Iomedis Schwert. Wir haben da auch Feinde. Wer ist dran? Du bist dran. Du bist dran. Das ist blöd. Elektrizitätsschlag. Hast du jetzt ihn? Okay. Serena. Du kannst da sowas Schönes hier machen. Du kannst da sowas. Geht nicht. Okay, dann hau ihm zu oben ein. Khan. Ist er tot? Deswegen hier geht nicht. Heftigen Angriff machen. Kommt eine angewatscht. Heftigen Angriff. 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 Wer ist dran? Du. Ach, die ist da nicht hier. reinkommen. Korn. Das war wohl nix. Korn. Aber nehmen wir keinen Schaden. Bleib mal hier. Korn. 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 Schießt auf Gegner, die in den Nahkampf verwickelt sind. Seine Ziele daher häufig. Es ist schwer, einen Gegner zu treffen, der in einen Nahkampf verwickelt ist. Kampf gegen solche Gegner. Einschließlich einschließlich des Angriffs und den Fernkampf, die für viele Zauber erforderlich sind. Halte minus 4 auf den Angriff und Morlus auf den Nahkampf zu entfernen. Gibt den Charakter. Präzisionsschuss. Kernschuss. Angriffe auch auf Gegner konzentrieren, die sich nicht im Nahkampf befinden, wie etwa Zauberkundige und Bogenschutz. Danke. Wer ist dran? Zauberkundige. 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 Was, du stinker? Was, du stinker? Das ist ein bisschen. So. Kannst du da noch drauf fallen? Nein. Serena. Entschuldigung. Okay. Was? Fehlschlag, Fehlschlag, Fehlschlag. Was soll denn das? Was ist 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 das? Könnt ihr wieder was machen? Bleib hier. Aber er hat doch Heilung getrunken. Was hat er denn getrunken? Okay, Zauber auffängen. Wird besser sehen jetzt. Drittsch. Okay. Nothing. None. Camilla. Okay, Kamera. Sie kommt jetzt. Wie Hottie, wie Hottie. Das Rezept hier hin und her. Kannst du Sturmangriff machen? Und du. Was ist das? Was ist das? Ja, du hast daneben geschossen. Okay. Du geh auch mal mit vorne hin. Du hast die Schriftrolle, Schriftrolle, leichte Wunden heilen. Kannst du lesen, um den verwundeten Kahn zu heilen? Oh, mein Auge brennt im Moment. Verbrauchsgegenstand, der einen Zauber enthält. Um eine Schriftrolle zu lesen, muss eine Charakterstufe einer Klasse, die den enthaltenen Zauber wirken kann, eine ausreichende Zauberstufe haben. Du kannst auch versuchen, eine Schriftrolle ohne Stufe der passenden Klasse zu haben, indem du einen Fertigkeitswurf magische Gegenstände benutzen machst. Na? Schriftrollen sind eine gute Methode, um einen akuten, nützlichen Zauber zu wirken, ohne dafür einen täglichen Zauberplatz bei einem Charakter zu verschwenden. Und eine Schriftrolle zu benutzen, ziehe sie aus dem Inventar auf einen der Gürtelplätze von Serena. Öffne dann auf der Zauberleiste das Kontextmenü. Okay. Also. Selena. Inventar. Ähm. Ursachen. Ausrüsten. Wo ist Khan? Dann. Nein. Wo ist denn denn? Inventar ist sie. Oh. Ausrüstung. Nein, ich wollte benutzen. Auf. Wie kann ich das denn benutzen? Ich habe mich richtig aufgepasst. Ich habe mich richtig aufgepasst. Auf. Auf. Magritium Turinos. Ich müsste es nochmal machen. Wir sind alle. Inventar. 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 Okay. Gut. Ähm. Wir sind sowas von überladen. Aber es ist mir völlig egal. Wir werden alles mitnehmen. Die Treppe ist stark. Okay. Dieser Weg ist unpassierbar. Die Tür bewegt sich nicht. Das ist aber klar. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Hier. Dann beende ich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da und eventuell ein Abo. Und natürlich wünsche ich euch natürlich wünsche ich euch frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.